Der Duft von warmen Backpfeifen Durchzieht die festlich geschmückten Straßen Von Kleinmachno bei Potsdam. Und so manch gefiederter Wintergast Fragt sich auf seinem verschneiten Zweig kauernd, Ist das leise Klingglöckchen-Klingelingeling, Das durch die eiskalte Weihnachtsnacht schallt, Der Chor der Engelein? Oder hat Knecht Rupprecht mit seiner strengen Rute Einer unartigen Gangster-Rapper-Ehefrau Ein Paar auf die Glocken gegeben? Und am Tannenbaum liegt ein 25-minütiger Dist-Track Vom Scheidungsanwalt. Es ist Weihnachten im Frauenhaus. Denken Sie an alle, Denen es am Fest der Liebe nicht so gut geht wie Ihnen und uns. Feiern Sie schön und genießen Sie die Ruhe. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! 12. Vielen Dank.